Die sechs Reihen sind nun gestrickt, jetzt muss man wieder abnehmen. Diesmal stricken wir drei Maschen, drei und nehmen zwei zusammen. Drei und zwei zusammen. Und das machen wir so lange, bis wir hinten sind. Dann stricken wir eine Reihe darauf und nehmen nochmal drei Maschen stricken, zwei abnehmen. Wir haben jetzt zweimal drei Maschen gestrickt und zwei zusammengestrickt. Das haben wir beendet. Darauf stricken wir noch einmal drei Reihen rechte Maschen. Das habe ich schon gemacht, damit es etwas schneller geht. Und jetzt müssen wir weiter abnehmen. Wir stricken zwei Maschen und zwei zusammen. Zwei Maschen und zwei zusammen. Darauf stricken wir dann noch eine Reihe und machen das Gleiche noch einmal. Wie gesagt, zwei Maschen stricken, eine zusammen. Dann stricken wir noch eine Reihe darauf. Und dann ketten wir die ganze Reihe komplett ab und lassen einen längeren Faden hängen. Das zeige ich dann aber noch einmal kurz. Nun haben wir fertig abgenommen und ketten nun die Maschen ab. Wir stricken eine Masche, wir stricken die zweite und ziehen die hintere über die vordere. Wir stricken eine Masche, stricken die hintere über die vordere. Wir stricken eine Masche, die hintere über die vordere gezogen. Und das machen wir bitte so lange, bis die Reihe zu Ende ist. Und dann bitte einen langen Faden dran lassen. Den brauchen wir dann zum Vernähen und zum Zusammenziehen von Kopf und Bauch. Alle unsere Strickteile mit der Filzwolle für das Schäfchen sind nun fertig. Und jetzt für die, die gerne noch so ein Ornament mit reinstecken wollen, zeige ich nochmal kurz, wenn man so etwas macht. Und zwar, wir nehmen unser Bauchteil, klappen es auseinander, ziehen uns das schön. Wir haben einen Rest Wolle in Grün und ich nehme für die Blüten Lila eine dicke Nadel und den Faden bitte doppelt. Dann geht es einfach schneller und sieht schöner aus. Wir stechen von hinten hinein und machen jetzt erst einmal unser Stiel und unsere Blätter. Man kann sich das so vorstellen, dass wir so hochsticken und zwar so von außen nach innen und ziehen es raus. Und das machen wir weiter, immer Stückchen für Stückchen. Und schön locker das lassen und in die Richtung, die wir brauchen. Wer da sehr ungeübt drin ist, kann sich als Vorlage auch ein Blatt Papier nehmen, eine Blume drauf, zeichnen, das mit Stecknadeln auf unser Strickteil feststecken. Die Blume so nachsticken mit dem Papier, nachher das Papier ausreißen, ganz vorsichtig und waschen. Und dann ist das Papier auch verschwunden oder man macht die letzten Fäden ein bisschen ab. So, jetzt haben wir gleich einen Stiel. So, wenn der Stiel dann ganz fertig ist, dann zeige ich euch das Blatt. Mein Blütenstiel ist nun fertig. Jetzt mache ich noch ein Blatt daran. Auch wieder doppelten Faden. Ihr sucht euch aus, wo euer Blatt sitzen soll. Und dann ziehen wir das immer so. So. Dann fixieren es. Das heißt, zweimal rein. So, und das Blatt geht dann wieder zurück, so großzügig gezogen. Und dann gehen wir wieder rüber. Und wieder zweimal einstechen. So, und nochmal nach vorne. Kommen wir raus. So, dann haben wir ein Blatt fertig. Und damit wir das einmal dann fixieren, drehen wir es. Und machen da einmal in der Mitte so hoch und runter. Das verfüllt sich dann wunderbar. Nähen das einfach in der Mitte nochmal ein bisschen fest. So. Die Rückseite. Ziehen die Nadel durch. Und schneiden es dann ab. Das war es dann schon mit dem Blatt. Nun fertigen wir noch die Blüte. Dazu habe ich einen Lillanfaden auf die Nadel gemacht. Wir fangen von hinten an. Ziehen es raus. Fangen unser erstes an. Und zwar stechen wir von vorne nach hinten und kommen da wieder raus. Dann nehmen wir den Faden und wickeln den ein paar Mal über die Nadel. Und ziehen es vorsichtig durch. Das gibt dann so ein schönes Knötchen für die Mitte. Seht ihr es? Und das ist jetzt unsere Mitte. So und jetzt machen wir noch die Blütenblätter dran. Einmal so rundherum wie so ein Aster. Einfach so groß die Blütenblätter. Und das machen wir jetzt da rundherum. Seht ihr? Und dann gehen wir rundherum und machen so viele Blütenblätter wie wir schön finden. Unsere Blume hat jetzt ihre ersten Blütenblätter. Und damit die ein bisschen kräftiger werden, weil wir ja nur einmal gezogen haben, ziehen wir jetzt da noch einmal bei jedem Blütenblatt einen weiteren Faden hin. Von außen in die Mitte. Seht ihr, wie das ist schön kräftig? Wir drehen es. Dann haben wir das nächste Blatt. Von außen in die Mitte. So, von außen in die Mitte. Und dann ist unsere Blume schon fertig. Den Rest vernehmen wir auf der anderen Seite. Oder schneiden es einfach ab. Und machen dann mit dem Rest einen Knoten. Und schon ist unsere Blume auch fertig. Wir möchten jetzt unseren Kopf fertigstellen. Dazu muss der Kopf noch die Augen bekommen. Wir nehmen die Nadel mit dem doppelten Faden wie bei der Blume. Suchen uns unsere Stelle, die wir brauchen. Und sticken jetzt einfach ein V in den Kopf. Wir suchen uns die Stelle. Wir ziehen es nach unten. Fixieren es. Von hinten nach vorne gestouren. Ganz kurz. Ziehen es runter. So, und jetzt ziehen wir es nach oben. So, das sieht dann immer so unschön aus, als machen wir es nochmal hier rein. Kommen da raus. Stechen es wieder nach unten. Doppelt sieht es einfach schöner aus nach dem Filzen. Von unten nach oben. Und wieder hoch. Und da brauchen wir es nicht mehr nach vorne stecken, sondern einfach nach hinten. Und vernähen das ein wenig. Einfach rein und raus. Gut. Abschneiden. Dann machen wir das zweite Auge noch. Auf die andere Seite. Ich zeige jetzt noch die Nasenlöcher. Selbe wie bei der Blume. Wir gucken, wo wir es hin haben wollen. Wir kommen nach vorne aus. Stechen von vorne nach hinten. Etwa auf dem gleichen Fleck, wo wir angefangen haben. Und wickeln jetzt 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ihr wollt noch mehr, das liegt dann bei euch. Und dann ziehen wir die Nadel durch das durch. Geht manchmal ein bisschen schwierig, aber es funktioniert. Und ziehen das durch. Und dann kriegt man ein wunderschönes Nasenloch. Wir nähen es fest. Und ziehen es uns in Form. So, wir können dann noch ein bisschen mit dem Faden festnähen, so wie wir das wollen. Und dann machen wir noch das zweite Nasenloch fertig. Wenn es fertig ist, auf der Rückseite gestochen, verknotet, abschneiden, fertig. Die Gesichtshälfte ist jetzt fertig gestickt. Wir nehmen unser zweites Teil, legen es unten drunter, schön aufeinander. Und jetzt müssen wir die zwei Teile zusammenkriegen mit den Ohren. Und das ist wichtig, dass wir sie nur zusammenziehen, damit das nicht so eine unschöne Naht ist. Und zwar bedeutet das so, wir machen sie erstmal zusammen. Wir stricken, nähen hin und her. Ja, mit einem Faden diesmal ist wichtig, weil mit zweien lässt es sich furchtbar schlecht reinbringen. So, der Anfang ist gemacht. Jetzt gucke ich, wo möchte ich meine Ohren hinhaben. Die Ohren sind auf dem Kopf gestellte Dreieck. Die nehmen wir so zusammen. Seht ihr das? Hier zusammengeklappt. So, und dann kommen die doppelt genäht hier hinein. Innen hinein. Und die nähen wir jetzt rein. Die nehmen wir so. Schön hinein, dass wir alle Teile haben. Einfach hoch und runter. Hoch, runter, eins, zurück. Fahne wieder raus. Schön festziehen. Hier ist unser Faden. Wir gehen etwas zurück. Stechen nach unten. Gehen ein bisschen vor. Und ziehen es raus. Jetzt haben wir gleich das erste Ohr drin. Das verfilzt auch dann noch schön. So, und dann zeige ich euch, wie wichtig es ist. Da seht ihr, die Teile schön übereinander. Die Bäckchen. So, er hängt jetzt schon. Seht ihr, wie grün sich das aussieht. So, und jetzt nehmen wir so das Teil. Und ziehen die nur vorsichtig aneinander. Seht ihr das? Immer vom unteren Teil zum oberen Teil. Und nur ein bisschen zusammen geheftet. Sonst gibt das eine ganz unschöne Naht. So, und das machen wir jetzt da. Bitte rundherum. Als Hilfsmittel kann man auch, damit das nicht verrutscht, die Bäckchen. Und hier unten vielleicht einfach nochmal eine Sicherheitsnadel reinmachen. Und dann rundherum festnähen. Und vergesst nicht, wir haben ja noch unser zweites Ohr. Unten ist die Spitze. Wir nehmen es oben zusammen. Und setzen das hier auf die andere Seite mit rein. Und nähen das so. Und bitte beachtet, wir nähen nur bis zum Oberkopf. Diese Stelle lassen wir frei, weil vor dem Filz den Kopf müssen wir befüllen. Und wir wollen ja auch noch ein Puschel dran häkeln. Und das zeige ich dann später. Also jetzt nähen wir erst mal den Kopf zu und machen beide Ohren hinein. Unser Bauch hat jetzt die Blume bekommen. Und den nähen wir auch so zusammen, wie ich das beim Kopf gezeigt habe. Wenn man so eine lange Schlaufe hat, vom Maschenfang schneidet man das einfach hier so auf. Ein kurzes Teil, ein langes. Und dann können wir das wieder zum Vernähen benutzen. Wir ziehen die Teile so zusammen, wie vorhin in unserem Kopf. Das kleine Teil hier hinten, wo weniger Maschen sind, das bleibt auf. Ansonsten diese Seite schließen wir hier komplett, weil hier vorne dran dann unser Kopf kommt. Das machen wir dann noch. So, und dann zeige ich euch den Kopf. Den habe ich jetzt geschlossen. Beide Ohren sind dran. Hier oben ist noch auf. Er ist bestickt mit dem Gesicht. Und jetzt muss ich den Kopf vorher füllen. Und zwar habe ich dazu Füllwatte. Und den fülle ich. Der darf bloß nicht zu prall gefüllt werden, weil ja das Ganze so 30 bis 40 Zentimeter noch schrumpft. Also nicht prall füllen. Der wird dann noch fester. So, und wenn wir den gefüllt haben, zwar mit dieser Füllwatte. Also ich kaufe es nicht im Bastelgeschäft, die Füllwatte. Aber ich finde es ist einfach wahnsinnig teuer. Ich gehe in ein Geschäft. Klinisches Bettenlager. NKD, wo es gerade passt. Und gucke nach normalen Kissen. Ein 40x40 oder 80x80. Die kriegt man manchmal für 3-4 Euro. Einfach nur in einem Inlet. Dann schneide ich das auf. Und dann benutze ich das. Das ist viel günstiger. Manchmal bekommt man sogar ein ganzes Betten-Set für ein paar Euro im Angebot. Und das ist wunderbar, um die Sachen zu füllen. Ich glaube, das war schon ein bisschen viel. Das reicht. So, jetzt haben wir es gefüllt. Den Rest. Also wir füllen auch die Beine. Die Beine werden dann an den Bauch genäht. Der Kopf wird dran genäht. Das zeige ich dann nochmal so. Also die Beine auch nicht sehr feste füllen. Weil die auch noch extrem schrumpfen. Hier, das können wir auch wieder zum Annähen benutzen. So, und jetzt zeige ich euch gerade nochmal den Kopf. Und dann müssen wir den Puschel dran machen. Und zwar brauchen wir dazu eine große Häkelnadel. Wir nehmen beide Seiten auf die Häkelnadel. Und so jetzt überlegen wir. Entweder ihr macht den Puschel hier oben. Also ich nehme da immer Franzelwolle, Puschelwolle, sage ich immer dazu. Ihr könnt aber auch den Rest von der Filzwolle nehmen. Ich habe mich jetzt für die Farbe entschieden. Häkel-Schule hatte ich auch schon eingestellt. So, wir nehmen den Faden, ziehen es durch. Und das Besondere jetzt da dran ist, Die Pudel gehen ganz einfach. Wir machen zwölf Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und dann machen wir das als Schlaufe. Wir stechen genau dasselbe wieder ein. Machen eine feste Masche. So. Und dann machen wir das gleiche wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Also ich mache es immer durcheinander. Also zwischen 10 und 16 Luftmaschen nehme ich immer, dass es unterschiedlich lang wird. Und dass richtig schön wild wird. Und ganz viele aneinander. Und damit mache ich den ganzen Kopf jetzt dazu hier oben. Und dann kommt der Kopf an den Bauch. Das zeige ich euch als nächstes. Der Bauch ist jetzt auf der langen Seite geschlossen. Unten auch. Das schmale ist noch offen, damit wir es dann nach dem Filzen füllen können. Ein Bein habe ich jetzt schon mal gefüllt. Und jetzt zeige ich euch, wie wir das annähen. Man nimmt sich so die Unterseite. Hier ist die Naht, wie man sieht. Und dann nimmt man das Bein, hält es so dran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der Faden ist schon festgenäht am Bein. Und dann gehen wir so rein. Eine Seite rein. Das Bein wieder raus. Und als rundherum. Und dann schließen wir das Bein. Rundherum im Uhrzeigersinn nähen wir hinlang. Ziemlich enge Stiche. Dass das gut verfälzt. Als rundherum. Und das macht ihr dann bitte bei allen vier Beinen. Das zeige ich aber auch noch gleich, wie wir den Kopf anbringen. Das ist die Vorderseite, die wir geschlossen haben. Das ist unser Kopf. Den Puschel habe ich jetzt angehegelt. Ihr braucht gar keine Fäden vernähen. Von der Fülzwolle. Die lässt da einfach hängen. Die verfülsen sehr schön in der Waschmaschine. Und nachher wird alles einfach nur abgeschnitten. Wir nehmen uns eine Restwolle. Von der Wolle, in der wir den Körper gestrickt haben. Kann ja sein, dass er ein brauner Schaf macht. Oder ein schwarzes Schaf. Also das brauchen wir dann. Einzelne Farben. Sonst wird es zu dick. Knoten rein. So und dann muss der Kopf so draufgelegt werden. Eine Hand innen rein. Dann gucken wir, wie hoch wollen wir ein Sitzen haben. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Und dann gehen wir hier rein. Denken uns einen Kreis. Und nähen den Kopf genau wie das Bein. Rundherum an. Immer so Stückchen für Stückchen. Das ist ein bisschen komplizierter. Einen schönen großen Kreis. Sonst ist das sehr, sehr wackelig. Und das schließen wir dann rundherum. Also richtig großzügig annähen. Das nur noch der Oberkopf ein Stückchen rausguckt. Und hier unten auch nur der untere Bereich ein Stückchen rausguckt. Und natürlich die Seiten. Das machen wir auch rundherum. So, so weit ist es geschafft. Das ist unsere rückwärtige Seite, weil das Schäbchen braucht ja noch ein Schwänzchen. Wir nehmen wieder einen Rest von der Wolle. Gehen hier rein direkt. Hier ist die Naht. Hier ist oben. Wir gucken genau, dass wir die entgegengesetzte Seite finden. Und machen uns erstmal eine Grundlage für den kleinen Schwanz. Häkeln. So. Wir gehen ein paar mal rein. Ziehen die Masche. Wieder rein. Und ziehen die Masche. So. Jetzt können wir häkeln. Ein paar Luftmaschen. 15 ungefähr. Und häkeln da feste Maschen. Zwei, drei Reihen drauf. Das verfilzt dann. So. Das könntet ihr machen. Also wie gesagt, jetzt noch zwei Reihen drauf. Oder ihr lasst das so. Moment, bis runter. Dann habt ihr die Grundlage. Könntet jetzt. Wir wechseln das Garn. Und nehmen die Puschelwolle. Wir ziehen es auch einfach durch. So. Machen eine Luftmasche da drauf. Jetzt würde ich es nochmal mit dem Faden hier verknoten. Und jetzt machen wir es wie am Köpfchen. Wir machen unsere 10, 12 Luftmaschen. Und häkeln. Und herum unsere Schlaufen, wie wir das am Köpfchen gemacht haben. Und dass es so einen richtigen tollen Puschelschwanz gibt. Das ist dann euch überlassen. Und wenn ihr das jetzt alles angebracht habt und habt fertig gehegelt. Wart ihr wirklich großartig. Denn ist euer Schäfchen 99% fertig. Dann muss das große Teil in die Waschmaschine. Und zwar, wenn ihr zu Hause habt, ganz toll wäre es so mit zwei Tennisbällen. In die Waschmaschine alleine, ohne andere Wäsche dazu. Ihr stellt ein Pflegeleichtprogramm ein. Nicht zu kurz. Also kein Kurzprogramm. Ganz normales Programm. 40 Grad. Und wascht es durch. Zieht es danach in Form, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr sagt, ach nee, so toll ist es noch nicht gefilzt. Ich möchte es noch kleiner haben oder noch fester. Dann tut ihr es nochmal in die Waschmaschine. Und filzt es beim Kurzprogramm. Nochmal mit 40 Grad. Tut natürlich immer flüssiges Feinwaschmittel mit hinein. Ohne Feinwaschmittel geht es nicht. Und filzt es nochmal. Lasst es dann gut trocknen. Und dann füllen wir den Bauch noch. Und nähen es fertig zu.